Willkommen zu einer neuen Folge Towns Die mogeln sich immer irgendwo durch, ne? Dass sie da hochkommen, da auch gerade wieder Aber die können auf jeden Fall hier hoch, ne? Und dann weiter, okay Äh, da oben hatten wir das in Stein Da fehlen noch zwei Stück Wieso? Ah, okay Achso, wir sind hier eine ganze Etage höher gewesen Alles klar, passt Wie sieht's denn so mit Essen aus? Gucken wir da mal gerade rein Acht Brote, ein Apfel, keine Birne Das würde bedeuten, wir müssen da mal was tun Happiness 27 Äh So So, so, passt Jetzt haben wir was zu tun Äh, gucken wir weiter Ja, alles gut Wie sieht's denn hier so mit Waffen aus? Sind da welche? Ja, da sind welche, okay Was machen unsere Leute überhaupt so? Was haben die denn an? Ach, hier so ein paar schäbige Rüstungen Vielleicht können die ja das Holz mal tauschen Roten Graves könnte man auch noch sagen Mach mal was anderes raus Und Ich weiß nicht, ob die das hier aus sind Hier oben ist noch was aus Holz Gut, vielleicht tauschen wir das ja, weiß ich nicht Okay Essen wird gemacht Wird auch gegessen Brot Lecker Brot Wie sieht's mit den Äpfeln aus? Werden die geerntet? Hat wohl irgendwie nicht geklappt mit der Ernte Kann das sein? Ich war da wahrscheinlich eine Etage zu hoch oder sowas Deswegen ging das nicht Okay Können die Stufe schneller lachen lassen Auch gut Ja Roten liegen alle so rum Hier ist auch noch was drunter Ne, do a barrel Äh, sind hier nicht mal mehr gewesen Die sind ja gleich hier klaut worden Könnte sein, ne? Sollten wir vielleicht ein paar mehr in Auftrag geben Ja Repaired Food Barrels machen wir dann mal Noch mal vier Stück dazu Ah, die müssen wir dann auch managen, ne? Kriegen wir dann schon hin, oder? Was geht denn hier rein? Da nix von Aha, da geht das Essen rein Und da nix von, okay Ah, mach das mal weg Zweites Fass Davon nix Davon nix Also Da auch nix von Alle Rot Alle Rot Das heißt, da kommt gar nix rein Naja, dann Kann man auch nix weglegen, ne? Hier hinter müssen nur eins sein Ah, da kommen nur Bieren rein Alles klar Dann lassen wir das auch mal so Hier ist noch was Und da nix Da nix Und da Auch nix Ne, das war verkehrt Das wollte ich aber das ausschließen Hatte ich den jetzt, oder? Ja, ich hatte den Das heißt, wir haben noch den Und ah, verkehrt Ja, da geht auch nix Dann würde ich mal sagen Jetzt haben wir alles erlaubt, ne? Das wollte ich nicht Das lassen wir mal noch so Und das verbieten wir alles Passt Reingelegt wurde jetzt nix Aber ist auch okay Gut Irgendwo ist einer gestorben Ein Hero died Da, aber warum? Ah, da sind so Viecher da Okay Ah, da haben wir jetzt aber Glück gehabt Dann hat er die von unten mit hochgebracht Witten So, die Äpfel sind alle da Sieht's hier oben aus Ja, Wechsel und Gedeiht Da haben wir mal zwei Löcher Jetzt ist nur noch ein Loch Da fehlt noch ein Stein Ja, der ist auch noch machbar Gut Dann müssen wir schon wieder überlegen Was wir hierhin machen Weiß gar nicht, was das hier Drei Markierungen sind Was sagt die Happiness? 24 ist jetzt gesunken Wir hatten schon 27 Aber die mussten ja auch was tun, ne? Ja Wie sieht's jetzt mit Essen aus? Drei Brote 84 Äpfel 2 Ne, 57 Beeren Das ist schon mal was, ne? Fässer wohl nicht gemacht Hier wird Getreide abgebaut Und es ist immer noch was da Geht eigentlich, oder? Jedenfalls müssen wir hier noch eine Reihe hin machen, ne? Können wir ja schon mal rumgraben, oder? Haben die auch was anderes zu tun 26 Ja Die machen das auch alle Es wäre interessant zu wissen, wenn das weg ist Ob es hier wieder wächst Hm Mal beobachten, ne? Das ist fast weg Das ist nicht gut Ah, da hinten ist das erste Woche Komm Da kommt auch eins Okay Wenn es unten abgeerntet ist Wird oben Oder wächst oben wieder nach Es könnten aber ein paar Tacken und vielleicht mehr sein, oder? Deswegen ist es gar nicht verkehrt, dass wir da unten noch eine Reihe anpflanzen Ja, denke ich mal Das ist richtig so Das ist fast alles abgeerntet, ne? Das sprießt zwar nach, aber ist ein bisschen knapp für mich Wenn wir mehr Einwohner haben, brauchen wir mehr Brot, ne? Machen wir mehr Brot Oh, 30 Wow Ah, hier wird umgegraben Das bedeutet, wir können da auch gleich Anpflanzen, ne? Passt Gut So, das erste ist schon drunter Dann geht das auf jeden Fall Jo, passt Okay Nur ein bisschen warten 29 bis 42 sind 13 Sind alle am Arbeiten, ne? Oh, hier oben ist schon fast fertig Ein Loch Und der Stein, der fehlt da Lassen wir erstmal so Die zwei, drei Ah, lassen wir So, zwar Aber wir müssen ganz schnell ein Ghost hier machen, damit der da runterkommt Okay Der hat überlebt Ist da eine Tür hinzubauen? Ja, wäre eine Tür hinzubauen So, das ist fertig Da fehlt ein Stein Wo laufen die jetzt alle hin? Okay, die machen jetzt irgendwas unten Gruppentreffen oder so Gucken wir mal, wo sie hinlaufen Ist das ehrlich hingelaufen? Ja Wo laufen die hin, bitteschön? Ach, die räumen auf Ach, die räumen auf Okay Und zwar rote Glaube Ja, rote Schleime Werden jetzt ins Lager gebracht Interessant Happiness ist gefallen Weil sie hier im Keller sind Wahrscheinlich Und da ist es dunkel Und da ist es nicht gut Man hätte natürlich auch unterwegs das Ganze machen können, ne? Da waren ja noch ein paar Sachen auch noch Naja, aber irgendwann ist das Lager voll Und dann geht es ja auch wieder, ne? Ja, hier waren wir fertig Der Stein ist immer noch nicht reingebaut Komisch Haben wir keinen mehr Das kann natürlich auch mal sein Lager ist leer Und haben wir hier unten was ausgewählt Warte mal, lass mal hier gucken Ob wir hier die Möglichkeit noch haben Richtige Steine abzubauen Wäre hier nicht gegeben Doch hier unten wäre das Äh, ja, machen wir auch noch Shift-Taste nicht gedrückt, ne? Sollte man vielleicht machen, wenn man mehr abbauen will Äh, ich mach nur da Obwohl, da müsste vielleicht auch gehen Aber bevor das Wasser da reinkommt Da ist zweimal Cola Immer zugemacht Oh, sind schon welche da Und bauen ab Okay Ja, können wir alles abbauen Das auch Da haben wir gleich auch wieder Steine, ne? Baut ab Ne, der hat doch nur einen Stein geholt Der bastelt was Alles gut Kommt wieder einer Baut ab Ne, der baut zwei Sachen sogar ab Wow Hupi-Vogel Gut Gut Äh Weiß nicht, ob da Wasser reinkommt jetzt So, jetzt Sehen wir es Äh, es ist geflutet Es ist geflutet So, das bedeutet Da geht nicht mehr hin Destroy Stone Schnellstens einen zurück Noch einen zurück Steinwand, Steinwand, schnell Äh, dazu Und der Rest ist dann ziemlich egal, oder? Ja, würde ich sagen Und ich komme nicht schnell mit den Steinen Sonst klappt das hier nämlich nicht Mhm Das wird knapp Hier ist es ja Einen Schritt davor Aber ich glaube Sehen sie nicht groß weiter aus, oder? Doch Das ist noch bis dahin gegangen Schwierig Klappt das hier noch ohne nicht Und die machen keine Steine Ah, ich weiß, warum die keine Steine machen Weil sie gar keine haben Nehmen wir gerade hier unten Er ist abgebaut, ne? Oh, da ist jemand gestorben Der wird gerade weggebracht Wir haben noch 21 Ist das hier schickes Ebenen, okay Ja, da rechts ist es dann doch Mit dem Wasser weiter vorangegangen Ja, der Fluss müsste dann irgendwann der werden, oder? Ja, der da aber nicht Komisch Ja, war Mist gebaut, ne? Hier braucht keiner was zu Jetzt kommen sie erst Ist gerade was weggetrocknet Ging was hin? Hier steht's randvoll, ne? Keine Chance So, da kommt der Erste Und baut da was hin Der Zweite baut da was hin Also, das ist niedrig Okay, dann ist es zu schon Einer fehlt da noch Da links ist schon zu Ah, falsche Stelle Oh, da muss ich aufpassen Dass ich sie nicht einbauen, ne? Shit, da ist das Wasser Vielleicht können die denn da drauf sitzen Das könnte vielleicht funktionieren Müssen wir mal gucken Oder es gibt ein rotes X, ne? Kommt keiner mehr Ich glaube, wir müssen noch wieder was abbauen So Zwei Steine noch So Jetzt haben wir noch acht Steine Das Wasser steht aber schon bis dahin Das ist doof, ne? Hm Das wird also schwierig Schön wird zu wissen, ob sie das dahin stellen, wo Ne, hat er nicht gemacht Wenn da Wasser ist, klappt das nicht Äh, ja Das ist schade, ne? Das bedeutet, wir müssen schon wieder Neue Steine setzen Okay Das Loch ist auf jeden Fall zu Und da hat es wieder nicht geklappt Okay Den können wir anlocken Machen, weil der da geht Den anlocken wir jetzt auch Gut, die ist zum Glück noch rausgekommen So Drei Steine, drei Stellen eigentlich, ne? Kriegen wir jetzt noch hin, oder? Müssen wir noch mal neu ziehen, ne? Komm schon Ja, da geht es schon wieder nicht mehr Weil das Wasser da ist Da kommt jemand und setzt Zwischenstein um Gut, das ist zu Das ist bis dahin, glaube ich, auch zu Das war natürlich super schlecht Weil da musste einer bleiben Dann können wir den aber wegnehmen dann Und hier Das Wasser bis oben hin, nein Da sitzt noch einer Gut, das ist zu Gucken, ob das noch klappt, ne? Der wird umgesetzt Ja, wir dämmen das etwas ein Gut, da kriegen wir es ja noch hin Zwei Steine, oder? Drei Aber es sind wahrscheinlich keine mehr da Deswegen geht das wieder nicht mehr, ne? So Vielleicht klopft's Vielleicht klopft's Da steht jetzt kein Wasser zurzeit Ein Stein wird geholt Nach oben gebracht Mehrere Steine Also werden jetzt hier die vier gebaut Oder drei Ich weiß nicht, wie viele sind es genau Jetzt wird's wieder ein bisschen trockener hier Da kommt ein Händler Den müssen wir durchlassen Hoffen, dass es hier besser wird Okay, da kommt ein Stein Und da kommt der nächste Jetzt ist der Händler da Wo geht denn der hin? Oh Unlock Destroy 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 Ich brauche ne Tür Und Floodgate Möbel Da Kriegen wir das da hin? Ich will's hoffen Oh, was macht denn der denn da? Gut So, wieder zu Da darf keiner rein Ja, das Tor geht da wieder nicht hin Weil das Wasser schon weiter ist Steine brauchen wir jetzt noch zwei, schnell Gut, kriegen wir's noch hin Kommt schon Leute Steine sind noch da Flatt geht wir hier Da kommt einer und baut das So, Wasser läuft gerade wieder voll Kommt, Tor gebaut Ein Stein kommt schon Stone, 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 Stone Das ist ja nicht so schwer, oder? Der zweite Stein So, jetzt nur das Floodgate Dann passt's Ah, das kann da nicht hingebaut werden Supi, ja Lass das Wasser weg sein Bevor da einer kommt mit diesem Floodgate Aber Türen sind gerade nicht so der Trend, die zu bauen wollen Mann, 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 Mann Ja, was macht der Händler Der möchte Essen haben Da wollen wir aber auch nix von abgeben Oder bringt uns das was, wenn wir Essen von dem kriegen? Bananenbrote sind lecker Den haben wir nicht Apple Pie können wir selber machen Ist das eine Banane? Ja Weißt du was? Das Das nehmen wir nicht Das sind Fertiggerichte, die nehmen wir Und dafür kriegt er hier was von Oder auch nicht Ne, lass es mit Geld tauschen Das ist gut, oder? So Ja Die Tür ist leider nicht da Die braucht wohl noch Aber Wann die dahingestellt wird Würde ich mal sagen Gucken wir in der nächsten Folge Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss Ich bedanke mich recht herzlich 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 Vielen Dank.